ARD Text im Auftrag des ZDF Katrina! Leach! Der Tag am Strand. Er hat sie verändert. Sie wollen Rache. Was war ihr Plan? Von Zelle zu Zelle zu springen und Terroristen zu töten? Für den Anfang, ja. Uns gefällt, was Sie wollen, Mitch. Ich weiß genau, wie ich Ihnen helfen kann. Was muss ich über den Kerl wissen? Er ist ein Krieger. Der Beste, der mir je begegnet ist. Dir ist irgendeine Scheiße passiert und jetzt willst du Terroristen töten? Habe ich recht? Da draußen geht's nur um die Mission, nicht um euch! Ihr glaubt, so könnte man jemanden umbringen? Seine Fähigkeiten sind unglaublich. Er ist schnell konzentriert. Besser als alle anderen. Das gab's schon öfter. Aber nicht so. Du bist was Besonderes? Lass es niemals persönlich werden. Was glaubst du, was wir hier tun? Menschen töten, die es verdient haben. Wir haben ein Problem. Vor sechs Tagen sind 15 Kilo Plutonium verschwunden. Sieht ihr das an? Ganz unmöglich. Glaub mir, er ist es. Es ist Ghost. Warum ist er hinter Ihnen her? Was persönlich ist, Sir? Alles, was er kann, hat er von mir gelernt. Da drin ist eine Atombombe. Wir haben 48 Stunden, um ihn zu stoppen. Ich hab dir vertraut. Das war ein Fehler. Eliminiere das Ziel. Jawohl, Sir. Wo ist der Rest deines Teams? Wo ist mein Nachfolger? Das Ganze ist für dich nur Mittel zum Zweck, oder? Nein. Das ist erst der Anfang. Das war's. darling.